Hier haben wir ein kleines Maremanen-Mädchen, das auch noch aufgenommen wurde. Ihre zwei Geschwister wurden von anderen großen Hunden auf der Straße zerbissen, getötet. Und sie ist ein ganz schlaues Mädchen, eine süße Mausi, noch keine zwei Monate alt. Ganz ein süßes Mädel ist das. Ja, ja, ja. Feine kleine Maus. Also für November hätten wir hier ein kleines weißes Teilchen. Sie ist die Cousine von den fünf Babys, die auch alle da sind. Tschi, tschi, tschi. Ja, sowas. Ja, sowas. Süße kleine Mausi.